Hallo aus Düren, VigoZone ist heute in Mels Dance Club, denn hier haben sich zwölf junge Tänzerinnen und Tänzer zusammengefunden, die beim School Dance Battle 2012 teilnehmen werden und wir begleiten sie heute beim Training. Edith, du trainierst die Gruppe hier bei euch, wie sieht euer Konzept aus, eure Choreografie? Am Anfang ist das ziemlich trübe Stimmung und so wie ein Horrorfilm mäßig, der Yasin, der findet seine Brille nicht und sieht halt nichts und stolpert dann über irgendetwas und die Leiche, die auf dem Boden ist, steht auf. Aber anstatt etwas Schlimmes zu machen, ist das ein guter Geist und bringt gute Stimmung. Rund, links, eins, Jungs, umdrehen, hoch und face, und runter, runter, boom. Nach hinten, umdrehen und, genau, sechs, sieben, acht. Was ist deine Aufgabe hier, was machst du? Also ich muss die Leiche spielen, also eine Person, die halt tot ist und dann wieder aufersteht. Und was spielt sie lieber, lieber tot oder lieber lebendig? Ihr trainiert ja für das Schooldance-Battle, ist das dein erstes? Nein, mein zweites Mal. Und worauf freust du dich da besonders? Auf das Publikum und die Stimmung ist einfach total gut. Was ist das denn dann für ein Gefühl, vor so einem größeren Publikum zu tanzen? Also es ist ein ganz tolles Gefühl, zuerst ist man total aufgeregt, ja, wie es jetzt kommt und so. Und dann, wenn man auf der Bühne ist und dann richtig Power gibt, dann fühlt man sich auch sehr gut dabei. Wie lange trainiert ihr jetzt schon für das Schooldance-Battle? Nach Ende der Sommerferien haben wir angefangen. Und dann gab es erst Komplikationen, weil die zwischen sich hatten ja auch schon Streit. Manche mochten einander nicht und so. Und das zeigt auch, dass Tanzen wieder verbindet. Weil jetzt mögen die sich und man sieht ja im Hintergrund, die haben alle zusammen Spaß. Warum tanzt du? Was gibt dir das Tanzen? Dass ich liebe Musik und wenn ich Musik höre, dann muss ich mich einfach dazu bewegen. Das ist halt mein Rhythmus, das liegt uns im Blut. Spaß heute. Weil das einfach das Geilste ist, was es gibt, Tanzen. Wir tanzen einfach zusammen, weil Tanzen einfach Spaß macht. Was ich genau? laimed? pewno? нулern Was ich lastig? Wo Alt? Wo Ort? Atlanta! Dy! Inform. Weinst Muchas ja! Her Beispiel stole Schüiden begann PROD cabeza Das war VigoZone bei der Tanzgruppe Like What You See und die werden 2012 beim School Dance Battle mitmachen. Und wenn ihr sagt, das möchte ich auch, dann schnappt euch doch eure Jungs und Mädels und bewerbt euch gerne bis zum 31. Januar. Alle Infos findet ihr dazu auf VigoZone.de. VigoZone